Musik Wir haben ja momentan eine Phase, in der sehr, sehr, sehr viele Leute sich an der Meinungsbildung beteiligen. Jeder Kreti und Pleti kann in der größten Kloake der Menschheit im Internet nämlich seine Meinung kundtun. Die größten Kloake der Menschheit... Die größten Kloake der Menschheit... Die größten Kloake der Menschheit... Musik Die größten Kloake der Menschheit...